Hi, mein Name ist Nix Schopenhauer, das MX Style, sicher zum MX Lifestyle und heute mit einem neuen Vlog, nämlich Enduro WM in Chubau. Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sport-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und genau da geht es nämlich hin, jetzt zur Enduro-WM-Finallauf sogar in Chubau. Ja, wirklich geballte 48 Stunden Enduristische Offroad-Power direkt vor der Haustür hier und da will ich euch eigentlich das ganze Wochenende ein bisschen mitnehmen. Dann starten wir das Ganze heute am Freitag zum Prolog, ja, leider sind wir arbeitstechnisch jetzt erst, kommen wir erst auf die Kette und auf die Spur dahin zu machen, ja, aber nichtsdestotrotz nehme ich euch gerne mit. Ich hoffe, die GoPro macht das auch ein bisschen mit, weil von den Lichtverhältnissen her natürlich wird es auch dann irgendwo gegen 19 Uhr dunkel und dann ist die Performance von der GoPro wahrscheinlich nicht mehr so pralle. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das nicht voranhalten und hier das Ganze, die ganzen Leute, ja, das Who is Who des Offroad-Sports natürlich zeigt. Ja, ich sehe da schon mal die ganzen Größen, die ich aufschlage. Ja, Benchen auch am Start, als Helfer kriegt man die, ja, da hat man schon mal kostenlos Einsatz, somit würde ich sagen, Sachen gepackt und los geht's. Wir wollen da nicht allzu viel verpassen. Wir wollen da nicht allzu viel verpassen. Wir wollen da nicht. Wir wollen da nicht. Wir wollen da nicht in键 und wir wollen das nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.